Hallo zusammen, mein Name ist Mara Müller. Wie dir vielleicht schon vermutet, habe ich mein erster Lehrjahr beim Hochbau Stadtbäne verbringen. Wie es schon der Name sagt, dreht sich bei uns alles ins Thema Bauen. Unser Team führt alle Hochbauprojekte der ganzen Stadtbäne durch. Wir decken den Raumbedarf unter anderem in den Bereichen Schulen, Sport, Verwaltung, Kultur, Soziales und Infrastruktur. Ich stehe hierzu von einem Schlüsselprojekt, nämlich der neue 50m Schwimmhalle in Neufeld. Genau in einer Woche werden wir die Eröffnung feiern können. Recht naheliegend ist die Superkraft unserer Abteilung Projektverwirklichung. Doch hinter unserer Superkraft steckt noch viel mehr. Ja, wenn es um Bauen geht, dann ist unser Fachlösser hervorragend. Wir sind richtige Superkraft. Und hinter uns, sehen wir uns gerade eines von den Objekten, die wir jetzt gerade realisiert haben und betrieben haben, nehmen wir es schon auf das Mieterschmal. Wir sind stark in den verschiedenen Administrationsgebieten und unterstützen das Ganze im Dienstleistungsorientiert. Unser Team ist sehr vielfältig. Das aufgrund von unseren verschiedenen Persönlichkeiten, unserer grossen Altersspannung und der Spannenden werden. Das sind wir, der Hochbau Stadt Bern. Tag täglich freut sich unser Team für unsere Stadt zu arbeiten, weil wir wissen, dass wir einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der städtischen Baukultur leisten.